Josh, du wurdest immer zu Hause unterrichtet. Die öffentliche Schule wird eine große Herausforderung. Na dann los. Oh, äh, Jungs. Wenn es das Erste ist, was sie erfahren, interessieren sie sich nur dafür. Ich möchte Freunde finden, die mich mögen und keine, die Mitleid haben. Hör einfach auf meinen Rat, okay? Verhalte dich erstmal unauffällig. Wie ist der Unterricht zu Hause? Es ist im Grunde ein Gefängnis mit Vanilleduft. Hier ist eine Legende. Weil es so viel zu tun gibt. Ich möchte einfach dabei sein und nichts davon verpassen. Du willst Limonade ins Knur schmuggeln? Wie ist es gelaufen? Es war gut. Höchstens teils. Lass mich eurer Namen davon erzählen. Ich will es hier schon beibringen. Uh, Geheimnisse. Die Dinge ändern sich und es gibt kein Zurück. Du hast mir immer vorgelebt, nie vor einer Herausforderung zurückzuschrecken. Wenn du deine außerschulischen Aktivitäten nicht breit fächerst, bist du verloren. Josh, du bin. Hier. Hier. Äh, hier. Hier. We are here.